Hallo und herzlich willkommen hier zur zweiten Folge hier bei Cattle & Pops. Heute geht es los, zumindest würde ich versuchen anfangen zu treffen. Mal schauen ob es geht. Kann ich nicht so genau sagen. Läuft der schon? Werd schon. So, dann müssen wir ganz kurz das Landtag anschließen. Also, am Koppel. Und dann mal Probefahrt machen. Mal sehen, ob die Teile gleich verkauft sind. Oder, bei Ander 2 wäre es ein Hochfahrt mit einem Lager. Ich habe ein paar Boxen frei. Ich bin sogar klüger, weil das Getreide sicher nicht ganz trocken wird. Vielleicht wird es ein Hochfahrt getrocknet. Keine Ahnung, was das ist. Ich vermute das mal, ne? Das sein könnte. Auf jeden Fall können wir den Weg zum Hoch am besten. Dann können wir das Getreide mit Kluster kaufen. Ohne Fälle, ne? Das fahren geht mit der Tastatur. Gaspedal. Oh. So. Das geliebene Gerät ist für 8 Stunden. Jetzt haben wir 10 Uhr bis 8 Uhr. So, wir sind fertig. So, schaut mal aus. Kennen wir irgendwo her, ne? Wärmse. Neidzeitstarken. Ich probiere mal aus. Ohne GPS. Ob das überhaupt geht, ne? So, das geht. Das ist super. Wie gesagt, ganz so ohne Stroh. Äh, einfach GPS. Ja. Aber zu Tomat machen wir. Ungefähr. Ungefähr. Ungefähr, keine Ahnung. So 18 kmh. Das war doch der Knurl, ne? Das ist nicht realistisch. Also im Grunde wären es 10 kmh ganz gut. Einmal Tee. Das wäre zu wenig. Jetzt machen wir mal 10 kmh. Mal flacher gucken, ne? Ja. Hier passen 10.000 Reihen. Sehe ich gerade so. Klingt gut. Ja. 2.000 eine Bahn. Einige Bahnen gibt es am Film, ne? Ja. Ja. Als nächstes wirst du vor allem noch tellern lassen, ne? Oder dergleichen mal, äh, einige Tage ruhen lassen. August, ne? August, ja. Halt mal Lust. 2.600. Ich mach doch GPS an. Äh. Das wird doch besser. Bremse. So. GPS. Dann müssen wir irgendwie anfangen, ne? Dann wird es ja auch nichts. Aber ich muss nach vorne anzeigen. Dann wird es ja auch nichts. So. Geht doch nur, wenn wir nach vorne gefahren sind. So. Und jetzt rennen sie. Runde. Schauen wir mal, dass wir ein bisschen nach rechts kommen. Parallel zur Fahrspur vom, äh, Dürmerfahrzeug ungefähr. Durch ein bisschen mehr nach, ein bisschen mehr. Das wird so besser als wir stehen nach mehr, ne? So. Ja, so wird es. Ist nicht ganz parallel. Aber so. Gut. Äh. Lenken automatisch. Ne? Ne? Erstmal starten. Ne? Ne? Und dann geht es abwärts. Das Ziel ist gerade hier. Also gut. Wer wird nochmal gefixt. Auf dem Sachter kommt, ne? Und jetzt. Lehmann trifft zu, dass wir die nötige Gefänglichkeit haben. Also 15 kmh oder 18 kmh. Bisschen ein wenig schnell, aber mit dem Gas ist es schwierig zu machen. Ja, ich staune mich sehr, was davon geht. Und hoffentlich eine reiche Ernte werden. Gutes Geld verdienen im Hafen oder so. Ja, ich dachte schon mal eine Ernte. Weil wir haben da viele gedüngt. Auch nicht mal die Aussagen. Dann machen wir Bahn für Bahn. V. In der anderen Seite sieht sie komisch aus, ne? Ja, normal V. C. Irgendwie verschwommen, ne? Naja. Wir können ja von innen drin machen, weil der Prinzip ist ja egal. Der macht ja eh GPS. Start mal. So, da haben wir jetzt über 50 Prozent. Also noch eine Bahn und dann geht er, äh, erst eine Abrunde an LKW. LKW-Leitung. Auf dem Traktor. Ja. Das wird passiert. Ich hab ja morgens frei. Dafür kann ich heute auch einige schaffen. Und gestern war ich relativ früh, äh, recht müde und da hab ich die Sache abgebrochen. Da ich auch wusste, dass heute noch nicht Zeit ist, normalerweise. 10.500. Wir müssen vorher abrufen, dann nützt alle nichts. So. Wow. Jetzt machen wir die Außenansicht. Jetzt machen wir die Außenansicht. So. Ne. Ich glaub da gibt's keine Taste für. Cool. Ne. Ne. Mach mal so. So. Und dann fasst die 8.000 aus. Nicht ganz, aber wie gesagt, die kriegen gleich, äh, so. Die müssen alle die Lenkung ausmachen. Und. Ja. Bis auf. So. Dass die Küre kommen. Er erfaltet nicht ohne auf die andere Grafik. Oh, das ist halt so, ne. Das können wir auch machen. Ja. Macht gern einen Krach, ne. Ja, wenn ich mich gespannt, dann müssen wir es ja in den nächsten Tagen verkaufen, was wir uns einbringen, ne. Ja. Ich würde noch ein paar Geräte kaufen. Ähm, Flug wollte ich noch kaufen. Äh, eine Feitenecke oder sowas ähnliches. So. Bremse. Gucken. Na, nicht ganz. Nicht ganz. Getroffen. Ui. Können wir nicht überladen, so, ne. Geht nicht. So. Müsste passen. Gut. Gucken wir mal überladen kriegen, ne. Abtanken. Doppelstück geht auch. Ja. 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 Doppelstück geht auch. Aber nicht so gut. Wenn wir los haben müssen, hochbringen. Gucken wir mal Hänger voll machen, ne. Wir hätten auch schon, äh, Faktor laufen können und dann vom Feld fahren können. Wärten mal, ne. wieder ranfahren ist warm und weiter geht's da kommen wir nicht rum, da sind ja unsere Geräte, die sind am Wege, die sind günstig hingestellt dann machen wir halt so jetzt geht's aber nicht dichter lang das muss reichen Kola ist heftig Kohlensäure so Folgung K Lenkung an jetzt geht er das kann man auch hinten rechts schon sehen gehen wir nicht dran äh Kohlensäure da auch das nicht zu massig getreilt ist und wenn das im Hof zumindest getrocknet werden könnte ne auf jeden Fall das ist nicht ganz schön schnell, knappe 30 kmh, 25 10 kmh wäre besser alles einstellen könnte vielleicht äh 8,4 da kann man eigentlich auf 5,6 ich habe ja die Befürchtung, dass ein Bestellfahren ein Verlust so groß ist, ne das weiß ich gar nicht genau was meint ihr ob sie da fahren mit ja die mühevolle Arbeit von mehreren Stunden, ne also flühen, ruckern und wir auch sagen, ne flügt haben wir jetzt ja nicht, wir haben ja auch nicht ruckert wir haben ja ein Problem gehabt die ruckert ja vorher von daher eine kleine große Arbeit das kann ich da ja vorbereiten nur wir würden da zum nächsten mal äh vorbereiten, ne also mit Ecken oder Gruppern oder zumindestens äh die Koppeln einarbeiten, ne das waren 2.752 eine Bahn das wird jetzt noch ein bisschen Gas geben das brauchen wir nicht das macht ja guter Vorleih, ne das macht ja guter Vorleih, ne das kann ich mal gas das soll es auch schon vor heute gewesen sein die erste ersten durch hier auf der kette und kopf und vielleicht sehen wir uns dann mal wieder warum wir sicherlich einen traktor hochfahren müssen und ja mal schauen wo die abwechslung reinkriegen demnächst ja vielen dank für euch tschüss und vielleicht sehen wir morgen mal wieder tschüss Ende mit dir